Altenburg, die als Skatstadt bekannte, ehemalige Residenzstadt Altenburg, liegt im Osten Thüringens, 38 Kilometer südlich von Leipzig. Sie befindet sich außerhalb der thüringischen Touristenhochburgen und gilt eher als Geheimtipp. Die Stadt mit ihren rund 35.000 Einwohnern hat für ihre Größe verhältnismäßig viel zu bieten. Neben dem Schloss und dem großen zusammenhängenden historischen Altstadtgebiet auch ein Kunstmuseum mit überregionaler Bedeutung. Aufgrund der zentralen Lage in Mitteldeutschland lassen sich von hier aus die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wunderbar erkunden. Hintergrund Altenburg scheint schon zu Ende des 10. Jahrhunderts bestanden zu haben und damals an das Bistum Naumburg gekommen zu sein. Im 12. Jahrhundert gehörte es jedoch unmittelbar zum Reich und erwarb die Rechte einer Reichsstadt. Auf der dortigen Burg hatte ein Burggraf seinen Sitz. Otto IV. hielt da selbst 1209 einen Reichstag ab. Kaiser Friedrich II. verpfändete Altenburg an Albrecht den Entarteten von Meißen, König Adolf 1292 an Böhmen, dessen König Johann als Reichswikar 1311 Altenburg wieder an Meißen als Pfand überließ. Nach dem Aussterben der Burggrafen von Altenburg erneuerte Kaiser Ludwig 1329 die Verpfändung. Somit ging Altenburg seiner Reichsfreiheit verlustig und blieb bei Meißen. Durch die Hussiten wurde Altenburg 1430 niedergebrannt. Im Jahre 1445 kam es an Chursachsen. Die Reformation wurde ohne Schwierigkeit in Altenburg eingeführt. Von 1603 bis 1672 war Altenburg Residenz der sogenannten Altenburger Linie des Ernestinischen Hauses. 1826 wurde die Stadt wieder Residenz durch den Umzug des Herzogs Friedrich von Hildburghausen. Von 1920 bis 1952 gehörte sie zum Land Thüringen und bis 1990 zum Bezirk Leipzig. In der Zeit der Wiedervereinigung war umstritten, ob Altenburg zu Sachsen oder zu Thüringen gehören sollte. Eine Mehrheit der Bürger stimmte für Sachsen, der Kreistag entschied sich jedoch für Thüringen. Seit 1994 ist Altenburg Kreisstadt des Landkreises Altenburger Land. Einen ausführlichen Artikel zur Geschichte gibt es in der Wikipedia. Der Altenburger Prinzenraub war die Entführung der sächsischen Prinzen Ernst und Albrecht, der beiden Söhne des Kurfürsten Friedrich des Sanftmütigen, durch Kunst von Kaufungen aus dem Schloss zu Altenburg in der Nacht vom 7. auf 8. Juli 1455. Kaufungen, der dem Kurfürsten Friedrich dem Sanftmütigen im Bruderkrieg, 1446 bis 51, Dienste leistete, hatte von demselben Fitztum es Sietzschigüter in Meißen erhalten, die er nach dem Krieg herauszugeben sich weigerte, weshalb der Kurfürst ihm dieselben mit Gewalt wegnahm. Da Kunst seine wirklichen oder vermeintlichen Ansprüche auf dem Weg rechtes nicht durchsetzen konnte, verband er sich mit zwei anderen Rittern, Wilhelm von Mosen und Wilhelm von Schönfels, zum Raub der beiden Söhne des Kurfürsten. Der Verabredung gemäß trennten sich darauf die Verschworenen, um auf verschiedenen Wegen auf Kunstschloss Eisenberg in Böhmen zu gelangen. Kaum noch eine Stunde von der böhmischen Grenze entfernt, machte Kunst, welcher den jüngeren Prinzen, Albrecht, bei sich hatte, in einem Waldtal rast, und der Prinz fand Gelegenheit, sich hier einem Köhler, Georg Schmidt, zu offenbaren, der mit Hilfe von anderen herbeigerufenen Männern den Ritter gefangen nahm und in das nahe Kloster Grünhain lieferte. Die anderen, welche den Prinzen ernst entführt hatten, gaben denselben auf die Kunde hiervon gegen Zusicherung ihrer Straflosigkeit frei. Kunst wurde 14. Juli 1455 zu Freiberg enthauptet, der Köhler Schmidt unter dem Namen Triller mit einem Freigut bei Zwickau beschenkt. Mit dem Flugzeug der Flughafen Leipzig-Halle befindet sich 50 Kilometer nördlich von Altenburg. Im Linienflug ist er vor allem von innerdeutschen Flughäfen wie Düsseldorf, Frankfurt am Main, Köln-Bonn, München und Stuttgart, aber auch europäischen Destinationen angeflogen. Es gibt direkte internationale Linienverbindungen und andere von London, Istanbul und Wien. Die Anreise vom Flughafen mit dem Zug nach Altenburg erfolgt umsteigefrei mit der Linie S5 bzw. S5X der S-Bahn Mitteldeutschland. Züge verkehren von ca. 5 Uhr bis 22 Uhr im Halbstundentakt. 5 Kilometer östlich des Stadtzentrums liegt der, ein ehemaliger Militärflughafen. Aktuell, 2015, gibt es jedoch keine Linienflüge. Am Flughafen gibt es mehrere kostenfreie Parkplätze. Vom Flughafen gelangt man am besten über die B-180 nach Altenburg. Privatflieger können den Flughafen 24 Stunden am Tag anfliegen, Flugzeuge, die ein Instrumentenlandesystem nutzen können, zusätzlich auch bei schlechter Sicht. Flugzeuge bis 2000 Kilogramm können im Hangar abgestellt werden. Mit der Bahn Altenburg ist mit Regionalexpresszügen ohne Umstieg unter anderem aus Erfurt, Gera, Jena, Weimar und Würzburg und mit der S-Bahn aus Halle, Leipzig und Zwickau erreichbar. Die Kreisstadt ist in den Mitteldeutschen Verkehrsverbund mit Leipzig und Halle als Zentrum eingebunden. Der höchst repräsentativ angelegte befindet sich knapp zwei Kilometer nordöstlich des Stadtzentrums und etwa ein Kilometer nördlich des Schlossparks. In die Innenstadt fahren Stadtbusse, S. Mobilität. Mit dem Bus die Anreise mit dem Bus ist aus den umliegenden Dörfern und Städten wie Gera oder Leipzig möglich. Allerdings ist es vor allem aus den Großstädten zu empfehlen mit der Bahn anzureisen. Der Busbahnhof befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Bahnhofs. Auf der Straße mit dem Auto ist Altenburg über mehrere Bundesstraßen, die zum Teil vierspurig ausgebaut sind, zu erreichen. Die bedeutendsten sind die B7 und die B93. Aus Richtung Norden empfiehlt sich der A9, Berlin-München, am Kreuz Rehpachtal zu verlassen und auf der A38 Richtung Leipzig zu fahren. Weiter geht es bis zum Kreuz Leipzig-Süd, von dort aus führt die vierspurig ausgebaute B2-B95 Richtung Chemnitz. Bei Borna anschließend auf die B93 wechseln. Ab dort ist Altenburg ausgeschildert. Die Anfahrt aus Osten erfolgt über die Anschlussstelle der A4, Erfurt-Dresden. Von dort sind es 20 Kilometer über die B93 in die Stadt. Von Süden her erfolgt die Anreise über der A72, Hof Chemnitz, bis zur Abfahrt. Anschließend der Staatsstraße nach Zwickau folgen. In Zwickau auf die B93 wechseln und der vierspurigen Straße ca. 30 Kilometer bis Altenburg folgen. Aus Westen kann man der A4 in verlassen und die B7, 22 Kilometer, über Schmölln benutzen. Erwähnenswert ist noch die B180, die Zeitz über Altenburg mit der A4 verbindet. Mit dem Fahrrad in Altenburg endet der Radweg Thüringer Städtekette, der von Eisenach im Westen durch die größeren Städte in Thüringen nach Osten verläuft. Etwa 20 Kilometer südlich von Altenburg in Kremitschau trifft man auf den Radweg Sächsische Städteroute. Mit dem Fahrrad sollte der Reisende aber die Bundesstraßen und die Gera-Landstraße, L1362, meiden, der diese als Zubringer zu den Autobahnen dienen und somit stark befahren sind. Aus Leipzig kann man dem Pleißeradweg folgen, der weiter bis Ebersbrunn bei Zwickau führt, jedoch in diese Richtung nach Altenburg nicht mehr ausgeschildert ist. Mobilität Altenburg liegt im Tarifgebiet des Mitteldeutschen Verkehrsverbund. Im Verband gibt es ein einheitliches Ticketsystem und die Fahrpläne sind aufeinander abgestimmt. Auch Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, Ticket geltend im gesamten Verbundraum. Das Stadtbusnetz besteht aus sechs Linien und wird von der TÜSAK betrieben. Linie I Bahnhof Theater Johannesstraße Gera-Straße Geschwister-Scholl-Straße Klinikum Schmöllensche Vorstadt Lindenau-Straße Bahnhof. Linie K Bahnhof Rasefassknau Unterzetscher Oberzetscher Mohlbitz Zerschnittsch Offenbürger Allee Bahnhof. Linie L Bahnhof Friedrich-Wolfring Theater Johannesstraße Friedrich-Wolfring Bahnhof. Linie S Stauffenberg-Straße Bahnhof Theater Mühlpforte Pappelstraße Bahnhof Stauffenberg-Straße. Linie W Bahnhof Theater Johannesstraße Gera-Straße Lindenau-Straße Bahnhof. Linie Z Pappelstraße Richard-Wagner-Platz Bahnhof, Theater Johannesstraße Großer Teichklinikum Pappelstraße. Der Einzelfahrschein, Gültigkeit 45 Minuten, ist für 1,50 Euro, ermäßigt 90 Cent, zu erhalten, eine Tageskarte kostet 3,30 Euro, ermäßigt 2,10 Euro, Preisstand AUG. 2017, vollständige Fahrpreisliste. Tickets gibt es meist an Kiosken in der Nähe von Haltestellen und an den Automaten in den Bussen. Die Automaten nehmen keine Geldscheine, nur Geldkarte oder Münzen. Ortsunkundigen wird geraten, das Auto am Rande des Stadtzentrums stehen zu lassen und lieber mit dem Bus oder zu Fuß in die Stadt zu gelangen, da es aufgrund der historischen Enge viele Einbahnstraßen gibt. Kirchen Türme Den besten Überblick über Altenburg bekommt man von einem der Türme in Altenburg. So zum Beispiel vom Nikolai-Kirchturm. Der 45 Meter hohe Turm befindet sich im Südwesten des Stadtzentrums im mittelalterlichen Nikolai-Viertel am höchsten Punkt innerhalb der ehemaligen Stadtmauer. Geöffnet ist er vom Mai bis Oktober von 10 bis 17 Uhr ausgenommen montags. Genau am gegenüberliegenden Ende des Stadtzentrums befindet sich auf dem Schloss der aus dem 12. Jahrhundert stammende Hausmannsturm. Er ist neben der Flasche der einzig verbliebe Turm. Die anderen Türme verschwanden durch Umbauarbeiten am Schloss im Laufe der Jahrhunderte. Als Besucher gelangt man über einen stufenlosen Wendelgang auf den 32 Metern hohen Turm. Er eignet sich vor allem für Menschen mit Höhenangst, da man sich nicht wie auf dem Nikolai-Kirchturm auf einer Aussichtsplattform befindet, sondern in einem Raum mit Fenstern. Der Turm hat die gleichen Öffnungszeiten wie das Schloss- und Spielkartenmuseum. Von hier aus bietet sich der optimalste Blick auf die Altstadt. Der zweite Turm auf dem Schloss ist der Bergfried, wegen seiner Form auch Flasche genannt. Es ist das älteste Bauwerk auf dem Schloss. Der im romanischen Baustil gebaute Turm besitzt bis zu vier Metern dicken Mauern. Der dritte Turm der regelmäßig bestiegen werden kann, ist der Turm der Bartholomä-Kirche. Hier lassen sich vor allem gute Fotoaufnahmen vom Schloss und der Brüderkirche machen. Den besten Panoramablick haben Besucher allerdings vom Rathausturm, da sich dieser direkt in der Mitte des Stadtzentrums befindet. Jedoch ist dieser nur ab und zu geöffnet. Die sogenannten Roten Spitzen sind das Wahrzeichen Altenburgs. Sie sind die übrig gebliebenen Türme der ehemaligen St. St. Marienkirche des Augustinerklosters Unserlieben Frauen auf dem Berge vor Altenburg. Gestiftet wurde das Kloster von Kaiser Friedrich I. Barbarossa. Bekannt wurde es vor allem durch seine große Fälscherwerkstatt. Nach dem Auflösen des Klosters stürzte das Hauptschiff einige Jahre später ein. Im Jahr 1570 bekamen die Türme ihre spitze Form, die der Südturm heute noch hat. Nachdem der Nordturm nach einem Blitzeinschlag abgebrannt war, erhielt dieser im Jahr 1618 seine barocke Runde Form. In den Roten Spitzen wurde 2013 ein Museum eingerichtet. Es ist Dienstag bis Sonntag jeweils 10 und 14 Uhr im Rahmen von Führungen ab dem Residenzschloss zu besichtigen. Unter anderem wird ein multimediales Klosterpuzzle gezeigt, an dem der Besucher die ehemalige Klosteranlage selbst nachbauen kann. Ein Hauch von italienischem Flair brachte der Bau der Wasserkunst in die Stadt. Der im Volksmund nur Kunstturm genannte Wasserturm wurde 1844-45 im Stile eines italienischen Kampagni errichtet. Tipp, der Posaunechor Altenburg spielt von Mai bis Oktober jeden Sonntag ab 18 Uhr vom Bartholomäkirchturm. Erster Sonntag im Monat, bzw. vom Nikolai-Kirchturm, alle anderen Sonntage. Burgen, Schlösser und Paläste auf einem mächtigen, senkrecht abstürzenden Parfurfelsen außerhalb des Stadtkerns liegt das weithin sichtbare Schloss zu Altenburg. In seinen Grundmauern wohl noch ein Baudenkmal des 10. und 13. Jahrhunderts, aber im 18. Jahrhundert durch beträchtlichen Anbau vergrößert. Der eine Flügel desselben wurde 1865 ein Raub der Flammen. Ein zweiter großer Brand legte 1868 einen Teil des Schlosses in Asche. Die Schlossanlage setzt sich aus folgenden Elementen zusammen, beginnend am Zugang im Uhrzeigersinn. 1. Schlosskirche, oberhalb des Einganges, vergleiche Abschnitt Kirchen. 2. Schlossmuseum, ehemalig Residenz, der Westflügel wurde seit 1508 in mehreren Schüben umgebaut und neu gestaltet. Im Hof eine Renaissance-Galerie. 3. Junkerei, Pferdestall aus dem 16. Jahrhundert, heute Sitz des thüringischen Staatsarchives Altenburg. 4. Flaschenturm, errichtet im Jahre 1000 im romanischen Stil. 5. Hausmannsturm, neben dem Flaschenturm der zweite erhaltene Turm der Schlossanlage. Er ist 32 Meter hoch und damit das höchste Bauwerk des Schlosses. 6. Prinzenpalais, das Prinzenpalais ist eines der neueren Elemente, denn es stammt aus den Jahren 1868-71. Das Schloss Boschwitz befindet sich im Nordosten der Stadt am Lindenweg. Es entstand im Jahr 1580, wurde aber im 19. Jahrhundert zweimal umgebaut und ergänzt. Die Schlossanlage besitzt einen kleinen Park mit Teich, einer Kapelle, einen Wirtschaftshof und einer Schorne. Zurzeit befindet sich das Gebäude in einem unsanierten und ungenutzten Zustand. Das Seckendorf Essietschi Palermbrühl, unterhalb des Schlosses, stammt von 1724 und soll auf Pläne von David Schatz zurückgehen, der die Salvatorkirche in Gera erbauen ließ. Das Magdalenenstift südöstlich des Schlosses dient heute als Sozialzentrum. Im Jahre 1665 wollte Herzog Friedrich Wilhelm II. für seine Frau Magdalena Sibylle von Sachsen Vorsorge treffen und ihr einen Witwensitz in Altenburg bauen lassen. Seine Wahl fiel auf den kleinen Berg gegenüber dem Schloss, Magdalena sollte im Alter immer das Schloss vor Augen haben. Im gleichen Jahr wurde das gesamte Grundstück abgesteckt und mit dem Bau der Fundamente des quadratischen Schlosses begonnen. Jedoch verstarb die Herzogin Magdalena Sibylle am 6. Januar 1668, vor der Fertigstellung der Gebäude. Mit ihrem Tod stockte der gesamte Weiterbau. Erst 1703 wurde wieder mit der Fertigstellung des Gebäudes begonnen. Am 4. Dezember 1705 wurde die Einweihung des Stifts feierlich begangen. Bauwerke Das Altenburger Rathaus gehört zu einem der schönsten Renaissance-Bauten in Deutschland. Es wurde zwischen 1562 und 1564 von Nikolaus Grohmann gebaut, der vermutlich auch das Gera-Rathaus entworfen hat. Das fast quadratische Bauwerk steht auf der Südseite des Altenburger Hauptmarktes, etwas hervorstehend zu den anderen Häusern. Auf der Marktseite befindet sich der achteckige Turm mit einer Monduhr, welche die aktuelle Mondphase anzeigt. Links und rechts vom Turm an den Ecken des Rathauses wurden Echerker mit Reliefdarstellungen weltlicher und biblischer Motive angebracht. Zusätzlich fallen dem Betrachter vor allem die stark verzierten Portale mit ihren Inschriften und den GEF-Köpfen auf. Es ist wohl eines der schönsten und ältesten Bauten in Altenburg, der Polhof dessen Hauptgebäude ein wunderschöner Staffelgebel ziert. Die frühesten Nennung geht auf das Jahr 1411 zurück. Ab dem Jahr 1742 war der Freihof im Besitz der Familie Lindenau. Es ist das Geburts- und Sterbehaus des wohl größten Sohnes der Stadt, des Staatsmanns, Astronomen und Kunstsammlers Bernhard August von Lindenau. Ihm verdankt die Stadt eine große und wertvolle Sammlung an Kunstgegenständen und Bildern. Heute befindet sich in dem Gebäude das Altenburger Standesamt. Das Gebäude der Landesbank des Herzogtums Sachsen-Altenburg entstand im Jahr 1865. Ihm musste das Wohngebäude vom Georg Spalatien, Reformator und guter Freund Martin Luthers, weichen. Der Prunkbau sticht von den umliegenden Häusern hervor. Auffallend sind vor allem die allegorischen Figuren auf dem Dach, unter anderem die Saxionier. Ein sehr repräsentativer Bau ist auch das Landratsamt. Das Gebäude wurde 1895 als neues Ministerium fertiggestellt und diente auch als Landesparlament für den Freistaat Sachsen-Altenburg. Eindrucksvoll ist der Lichthof im Innern des Gebäudes, der in der Woche begehbar ist und in dem auch häufig Sonderausstellungen zu sehen sind. Der Frauenfels in der Nähe des kleinen Teiches ist wie der Polhof auch ein alter Freihof. Er wurde zwischen den Jahren 1542 und 1551 erbaut. Der heutige Altenburger Bahnhof ist schon der zweite der Stadt. Dieser wurde im Stile der Neorenaissance erbaut. Den ersten Bahnhof erhielt die Stadt schon 1842 und war damit die erste Stadt in den Thüringer Staaten, die einen Eisenbahnanschluss besaß. Der Kopfbahnhof wurde jedoch bald zu klein, sodass dieser schon 1878 durch den heutigen Bahnhof ersetzt wurde. Reste des alten Bahnhofs stehen heute noch in der Fabrikstraße. Das barocke Teehaus und die Orangerie im Schlosspark entstand zwischen 1712 und 1716 durch Johann Heinrich Gengenbach. Sehenswert sind nicht nur die Stuckarbeiten, sondern auch das große Deckengemälde im Teehaus. In das Teehaus gelangt der Besucher bei Veranstaltungen über eine Freitreppe. Der historische Friseursalon und der historische Fleischerladen sind ein echtes Kleinod. Den Friseursalon zeichnet vor allem durch seine komplett erhalten gebliebene Ausstattung aus, von der Wand verkleid. Denkmäler Es gibt wohl imposantere Denkmäler, aber dies ist das einzige, das einem Kartenspiel gewidmet ist. Der Skatbrunnen am Brühl wurde nach Entwürfen von Ernst Pfeiffer im Jahr 1903 gebaut. Auf dem Brunnen ringen die vier Wenzel um die Vorherrschaft, wobei der alte, Eichelunter, höchster Trumpf im Skatspiel, die Oberhand behält. Besucher können ihre Karten unter der sprudelnden Schweinsschnauze taufen, das angeblich Glück im Spiel bringen soll. Wenn in den Wintermonaten das Wasser nicht fließt, soll auch ein Streicheln der Schweinsschnauzen genügen. Museen Führung in die Festseele Sonderausstellungen gibt es häufig auch im Rathaus am Markt und im Lichthof des Landratsamts in der Lindnaustraße. Bei beiden wird kein Eintritt verlangt. Sonderausstellungen gibt es häufig auch im Rathaus am Markt und im Lichthof des Landratsamts in der Lindnaustraße. Bei beiden wird kein Eintritt verlangt. Straßen und Plätze vom Bahnhof ausführt die von Wohn- und Villenbauten gesäumte Vertinerstraße als Querachse statt einwärts zum Schlosspark mit dem Lindnau-Museum. Mit dem Brühl, Rossplan, Haupt-, Korn-, Topf- und Weibermarkt besitzt Altenburg gleich sechs Märkte. Der Brühl ist davon der älteste Markt in Altenburg. An und auf ihm befinden sich einige Sehenswürdigkeiten, der Skatdronnen, das Seckendorf-Essietchi-Palais, das Amtsgericht und das alte Ministerium. Der Hauptmarkt ist 320 Meter lang und an seiner breitesten Stelle misst er 50 Meter. Eine Erwähnung des Hauptmarktes gab es bereits im Jahr 1192 unter der Bezeichnung Novumforum, neuer Markt. Wer aufmerksam durch die Stadt schlendert und vielleicht zu Boden schaut, wird hier unter Stolpersteine entdecken, die vor dem letzten Wohnhaus eines dem NS-Regime nicht genehmen Bürgers in den Bürgersteig eingelassen sind, um an das Schicksal dieser Verfolgten zu mahnen. Näheres bei Wikipedia. Parks Der Schlosspark, der sich so gut wie auf den gesamten Schlossberg ausdehnt, entstand im 16. Jahrhundert. Er wurde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder umgestaltet. In ihm befindet sich eine große Anzahl verschiedener Baumarten, außerdem zieren ihn im unteren Teil Figuren an den Wegen. Im gesamten Park verteilt sind das Mauritianium, das Lindenau-Museum, die Herzogin Agnes Gedächtniskirche, der Marstall, das D-Haus und Orangerie die anzutreffen. Des Weiteren gibt es im gesamten Altenburger Stadtgebiet eine Vielzahl von kleineren Parks, wie der Polhofpark oder der Park um den Pauritzer Teich. Aktivitäten, wem die Aussicht von einem der verschiedenen Türme in Altenburg nicht ausreicht, kann auch in die Luft gehen. Am Flughafen gibt es zwei Unternehmen, die Rundflüge anbieten, die Flugschule Altenburg und die Flugschule Stahnke. Alternativ bietet die Altenburger Brauereifahrten mit dem Heißluftballon an. Das Freibad befindet sich an der Hellwiese im Süden von Altenburg, es ist zum größten Teil saniert. Neben einem 50 Meter langen Schwimmerbecken, gibt es noch ein Nichtschwimmer- und ein Planschbecken. Eine große Rutsche ist im Freibad nicht vorhanden, nur eine kleine für Kinder, dafür gibt es einen Sprungturm mit verschiedenen Sprunghöhen bis zu 10 Metern Höhe. Sportlich betätigen kann man sich nicht nur im Wasser, sondern auch außerhalb auf dem Beachvolleybeifelt oder an den Tischtennisplatten. Schläger und Bälle sind am besten selbst mitzubringen. Die Saison des Freibads geht vom 15. Mai bis zum 15. September. In der Zeit hat das Freibad täglich zwischen 7.00 und 20 Uhr geöffnet. Das Hallenbad am großen Teich besitzt ein 25 Meter Becken und wurde zwischen 2010 und 2012 general saniert. Es hat in der kälteren Jahreszeit geöffnet. Die Öffnungszeiten variieren von Saison zu Saison und meistens ist der Vormittag für den Schulsport vorgehalten. Die genauen Zeiten können telefonisch unter 03447-316.108 erfragt werden. Die erste jährliche Großveranstaltung ist die Frühlingsnacht im März, die den Auftakt zur Einkaufssaison darstellt. Im April eines jeden Jahres findet ein Bauernmarkt statt, auf dem viele Produkte aus der Region angeboten werden. Anfang Juni findet unter dem Motto in Altenburg läuft's besser des Kartmarathon statt. Dieser verläuft durch das Altstadtgebiet und dem Stadtwald. Im Juni findet die Museumsnacht, eine Gemeinschaftsveranstaltung des Lindenau Museums, des Morischen Ums und des Schloss- und Spielkartenmuseums statt. Im August findet das Altenburger Musikfestival statt, das sich auch auf das Umland erstreckt. Die Musikrichtung ist dabei weit gestreckt, von Orgelkonzert bis Swing. Die Altenburger Kneipptour ist im Oktober. Theater des Landestheater Altenburg, unterhalb des Schlosses, ist ein Viersparten-Theater, mit den Bereichen Ballett, Schauspiel, Konzert und Puppentheater. Es gehört zu der Theatergesellschaft Theater und Philharmonie Thüringen. Diese entstand 1996, als das Landestheater mit den Bühnen der Stadt Gera fusionierte. In Altenburg hat die Gesellschaft zurzeit drei Bühnen. Das große Haus mit 536 Plätzen, das Theater unterm Dach und das Heizhaus. Das Gebäude des großen Hauses wurde als Hoftheater im Jahr 1871 eingeweiht. Es wurde nach dem Vorbild der Semper-Opa erbaut. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts bekam es den charakteristischen eckigen Vorbau. Kino Das Kapitol in Altenburg befindet sich am großen Teich und besitzt acht Kinosäle. Der Besucher darf allerdings nicht die Größe und Ausstattung eines großen Multiplex-Kinos erwarten, dafür sind aber die Preise recht günstig. Reservierung unter Telefon, plus 49 03 147 311 365 Einkaufen in der Innenstadt gibt es alles, was der Reisende für den allgemeinen Bedarf braucht. Mittwoch und Samstag sind Markttage, an denen Händler aus der Region anständen auf dem Hauptmarkt ihre Produkte anbieten. Außerhalb der Innenstadt, in den Stadtteilen Altenburg Nord und Altenburg Südost, befinden sich zwei große Supermärkte, die jeweils von Kaufland betrieben werden. Discounter befinden sich, außer in der Altstadt, in jedem Stadtteil Altenburgs. Souvenirs erhält man in der Tourismusinformation am Markt. Ein typisches Altenburger Souvenir ist natürlich die Spielkarte, die es in der Touristeninformation in verschiedensten Arten gibt. Postkarten, Bücher über Altenburg und Landkarten gibt es in einem der drei Buchläden in der Altstadt, Baderei, Johannesstraße, bei der Brüderkirche. Küchen neben der Thüringer Rostbratwurst gibt es in der Region Altenburg noch weitere Spezialitäten, zum Beispiel den Huckelkuchen, die herzhaften mit Hackfleisch gefüllten Altenburger Brötchen, oder den Mutsbraten. Beim Mutsbraten handelt es sich um ein Stück Fleisch vom Schwein, das unter anderem mit Majoran gewürzt ist und auf einem speziellen Grill mit Birkenholz gegart wird. Altenburger Ziegenkäse ist ein Weichkäse mit 30% Fett in der Trockenmasse, der seit 1897 nach traditioneller Rezeptur in der Käserei Altenburger Land in Harter und in der Feinkäserei Zimmermann in Falkenhayn hergestellt wird. Disco direkt in der Innenstadt beim Schloss befindet sich das Residenztheater, ein ehemaliges Kino, welches zu einer Tanzbar umgebaut worden ist. Der Veranstalter Big Extra veranstaltet fast jedes Wochenende eine Disco in abwechselnder Location. Häufiger Veranstaltungsort ist neben dem Goldenen Flug und der Music Hall auch das Fabrikgebäude der ehemaligen Altenburger Wollspinnerei in Kotteritz vor den Touren der Stadt. Des Weiteren gibt es in der Umgebung das Sex in Schmöllen. Unterkunft Dies ist eine Auswahl von Unterkünften in Altenburg, einer größere Anzahl gibt es hier. Lernen Die Stadt Altenburg arbeitet mit der Fachhochschule Jena und den Unternehmen des Altenburger Landes im Rahmen der Initiative Studium Plus zusammen. Ziel ist es, das Fachhochschulstudium mit einer praktischen Ausbildung zu kombinieren. Im Herbst 2007 begann das Projekt mit dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Damit hat Altenburg indirekt eine Fachhochschule bekommen. Weiterhin besitzt die Stadt fünf Berufsschulen, die staatliche berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales, Wieso, das berufliche Schlutzentrum für Gewerbe und Technik Johann Friedrich Piera, der Aus- und Weiterbildungsverbund Altenburg e.V.A. war, die Euroschulen Altenburg und die Info war Privatakademie Altenburg. Arbeiten Gesundheit Altenburg Gesundheit Altenburg besitzt mit dem Klinikum Altenburger Land eine hochmoderne Klinik mit 567 Betten. Die Adressen und Rufnummern der Ärzte und Apotheken, die Notdienst haben, stehen in den kostenlosen Zeitungen, die auch die Hotels und Pensionen bekommen. Außerdem können die Adressen der Ärzte, die Notdienst haben, unter der Telefonnummer erfragt werden, plus 49, 3447, 371111. Den Notdienstplan der Apotheken finden Sie auch hier. Bei einer allgemeinen Entkrankung lohnt es sich, die Polyklinik aufzusuchen, ein Ärztehaus mit vielen Fachärzten unter einem Dach. Damit erspart der Reisende sich lange Wege zu den einzelnen Fachärzten durch die Stadt. Praktische Hinweise Öffentliche Toiletten gibt es am Kornmarkt direkt hinter dem Rathaus, beim Parkplatz am Kleinen Teich und am Busbahnhof. Waschsalon, Fahrradwerkstatt Katholische Kirchgemeinde Evangelische Kirchgemeinde Post Die Postleitzahl für Altenburg ist 04600. Die Hauptpostfiliale befindet sich am Keplerplatz 5 in der Nähe des Schlosses. Ausflüge Minipipe Symbol Kohlbahn in Meuselwitz 10 Kilometer nördlich erreicht man den Haselbacher See an der Grenze zu Sachsen. Der ehemalige Tagebau wird seit 1993 geflutet und touristisch intensiv genutzt. In Meuselwitz, 12 Kilometer nordwestlich, B180, hat die Kohlbahn ihren Ausgangspunkt. Im Kulturbahnhof befindet sich das Technische Museum, mit historischen Zügen, einer Modelleisenbahn und weiteren technischen Anlagen. Weitere Sehenswürdigkeiten sind der Schlossgarten mit Orangerie aus dem Jahr 1709 und das Heimatmuseum. Andere Ziele der Umgebung sind, Entfernungsangaben ab Stadtzentrum. Windischleuber, 6 Kilometer nordöstlich, Münchhausen-Schloss und Pleißen-Stausee. Gösnitz, 12 Kilometer südlich, B93, Eisenbahnknoten mit dem längsten Bahnsteig Deutschlands. Kohrenerland Frohburg, 12 Kilometer nordöstlich, B7 bis Eschefeld, dort links ab, Schloss Frohburg und Kirche St. Michaelis, auf dem Marktplatz der Centaurenbrunnen. Kohrensalis, 15 Kilometer östlich, Töpferstadt um Kohrenerland. Sehenswert ist der Markt, das Töpfermuseum und die zwei Kilometer entfernte Burg Nandstein, Sachsens besterhaltene romanische Wehranlage. Schmöllen, 13 Kilometer südwestlich, B7, Stadt der Knopf-Fabrikation. Borna, 16 Kilometer nördlich, B93, im mitteldeutschen Braunkohlenrevier gelegene Stadt. Sehenswert sind Marktplatz mit Rathaus und Goldenem Stern sowie die Stadtkirche und das Reichstor, 1753. Belantis Vergnügungspark, 30 Kilometer nördlich, B93 über Borna, anschließend über Zwengau, Ostdeutschlands größter Freizeitpark auf 27 Hektar Fläche. Hohenstein-Ernsttal, 35 Kilometer südöstlich, B180, Sachsenring und Karlmees Geburtshaus. Leipzig, 46 Kilometer nördlich, B93 über Borna, dann B95-B2, Metropole mit einer halben Million Einwohner. Bücher- und Messestadt. Bücher- und Messestadt